Icky, aufstehen! Icky, du musst aufstehen! Oh, wo bin ich hier? Hallo? Oh, hallo Freunde! Da seid ihr wieder! Was ist denn hier passiert? Moment mal. Game Master? Was ist denn hier los? Ich habe vergessen, was passiert ist. Icky, du wurdest zurückverwandelt und jetzt bist du wieder ein Mensch. Moment mal. Oh Gott, oh Gott, Leute. Stimmt ja. Im letzten Video, falls ihr es nicht gesehen habt, da wurde ich in eine Puppe verwandelt. Das war ja super duper krass. Aber komischerweise bin ich jetzt wieder ein Mensch. Moment mal. Game Master? Was sollen wir tun? Luki ist auch da. Was bedeutet das? Wieso bin ich jetzt wieder ein Mensch? Das bedeutet, dass die Kraft der Sonne weg ist. Sie schläft vermutlich. Oh, die Sonne schläft, Leute. Aber hey, Freunde, freut mich wirklich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht jetzt schon mal, den Kanal hier zu abonnieren und trotzdem auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Icky-Army wirst, der coolsten Armee auf ganz YouTube. Oh yeah! Und es würde mich auch super freuen, wenn du dem Video jetzt schon mal einen Like geben könntest, also einen Daumen nach oben. Und wenn auch du hier gegrüßt werden möchtest, dann schreib einfach ein liebes Kommentar und dann kann ich dich genauso einblenden. So, Game Master. Wir müssen jetzt hier irgendwie aus dem Gefängnis ausbrechen. Aber wie? Hast du eine Idee? Du hast doch letztes Mal alles kaputt gemacht, Icky. Mach es nochmal kaputt. Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich hier alles kaputt machen. Aber wie? Hm, Moment mal. Da ist ein Loch. Game Master. Soll ich mal versuchen, da rauszubuddeln? Zack. Oh, es hat geklappt, Game Master. Warte hier. Ich werde gleich wieder zurückkommen. Okay. Oh, oh Gott, oh Gott, Leute. Das ist stockduster hier. Ich sehe da gar nichts. So. Okay, so. Da vorne ist Licht. Wir können hier raus, Leute. Los! Okay, noch ein kleines Stück. Gleich haben wir es geschafft. Schwert schon mal in die Hand nehmen, falls da die rote Sonne ist oder so. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, Leute. Wir müssen hier ganz, ganz vorsichtig sein. Zack. Zack. Okay. Oh, die Fackel war das hier. Na gut. Dann müssen wir hier gleich irgendwo... Hier ist schon Gras. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. So. Die Freiheit. Wir haben es geschafft. Hier ist die Freiheit, Leute. So. Okay. Jetzt müssen wir nur noch vorne rum. Und dann können wir hier auch ausbrechen. So. Zack. Hier runter. Moment mal, Leute. Da vorne sind Fieslinge. Ich kann die doch von hier schon sehen. Okay, Leute. Diese Fieslinge müssen wir jetzt bezwingen. Zwei gegen ein. Das ist total unfair. Aber ich habe ja ein super duper Steinschwert und eine coole Rüstung vom Game Master bekommen. Mit der können wir es auf jeden Fall schaffen. Dann rennen wir rein und werden den Game Master befreien. So. Zack. So. Okay. Wir werden uns jetzt da ranschleichen, Leute. Ob ihr bereit seid oder nicht. Wir gehen da jetzt rein und kämpfen. Wuhu. Oh. B-b-bang. Und... Ah. Ich habe die nicht getroffen. Zack. Zack. Und... Oh. Die machen hier viel zu viel Schaden. Ha. Zack. Oh. Hilfe. Hilfe. Du noch ein Herz gehabt. Oh. Das war ja knapp. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Die machen viel zu viel Schaden. Und... Ah. Äh. Äh. Oh. War das ein Traum? Wo bin ich? Icky. Sie haben dich wieder zurückgebracht. Du wurdest gefangen genommen. Oh. Nein. Wir wurden gefangen genommen. Oh. Ich Dummerchen. Ah. Mist. Ah. Game Master. Schau mal. Die haben mir aber die Tür noch offen gelassen. Oh. Ich kann hier einfach rausgehen. Okay. Du wartest hier. Ich werde jetzt die anderen suchen gehen. Ich suche jetzt hier erstmal eine Spitzhacke oder so, Leute. Und dann werden wir hier ein Loch buddeln und mit dem Game Master abhauen. So. Okay. Das wird super duper funktionieren, Leute. Wir gehen... Oh Gott. Oh Gott. Nicht schon wieder. Ah. Eine Wache. Hilfe, Game Master. Hilf mir. Du musst gewinnen, Icky. Siege sie. Oh. Zack. 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 Ja. Ich habe es geschafft. Okay. Dann suche ich mal hier ganz schnell irgendwo... ... Leute hier. Die wurden in Puppen verwandelt. Eine Schaufel. Die kann schon mal nützlich sein. Und eine Spitzhacke. Zack. Okay. So, Game Master. Ich komme. Schau mal, was ich habe, Game Master. Als Überraschung. Zack. Eine Spitzhacke. Und ich befreie hier auch erstmal Luki. Der arme Kleine. Und dich natürlich auch, Game Master. So, ich mache sogar beide Dinger hier kaputt. Icky. Du gehst die Sonne besiegen. Ich werde mich um die anderen kümmern. Icky Liene und die anderen Puppen. Wir sehen uns später wieder. Okay, Game Master. Okay, Leute. Der Game Master hat gerade gesagt, dass wir uns um die Sonne kümmern sollen. Und er kümmert sich jetzt um Icky Liene und die anderen. Gut. Dann nimm hier die Pickaxe. Und die Schaufel. Und bis später. Hm. Hier hoch. Zack. Wow. Noch ein Fiesling. Und. Lass die Poppen in Ruhe. Was hast du hier vor? Und Pepepepeng. Zack. Oh. Autsch. Du machst viel zu viel Schaden. Oh. Wir müssen schnell hoch. Ah. Geh weg. Na los. Verschwinde. Zack. Du Fiesling. Und Pepepepeng. Oh. Wir müssen aufpassen, Leute. Zack. Zack. Und zack. Oh. Wir haben es geschafft. Ist er weg? Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Okay. Das sieht aus wie ein Zahnarzt. Moment mal. Sollen wir mal nachschauen, was in dieser Tür drin ist? Wenn ihr wollt, dass wir jetzt in diese Tür hier reinschauen, dann gebt bei dem Video einen Daumen nach oben, Leute. Okay? Damit könnt ihr mir zeigen, dass ihr möchtet, dass wir das jetzt nachschauen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Oh. Hallo. Hallo. Oh. Okay. Eine Spritze? Momentchen mal. Ist das... Das sind Spritzen, Leute. Das bringt mich auf eine super duper gute Idee. Wir werden in diesem Video einfach die Sonne operieren. Wir werden einfach ein... Genau. Wir werden einfach die Spritze benutzen und das Gehirn von der Sonne operieren. Angeblich soll sie ja jetzt gerade schlafen. Und wir haben sogar Maple Sirup. Das ist Ahornsirup. Oh. Yeah. So. Super duper. Oh nein. Ein Fiesling. Und pep-pep-peng. Zack. Und zack. Und boom. Und wo ist ein anderer Kumpel, hä? War das der, den ich gerade drinnen schon vermöbelt habe? Haha. Ha. Einfach gegen... Oh. Euch. Autsch. Du doofer Sonnenpriester. Und peng. Und... Hilfe. Und zack. Und wo befindet sich die Sonne? Okay, Leute. Die Sonne macht irgendwo ein Nickerchen. Aber wo könnte das Nickerchen sein? Hm. Ich habe eine Idee. Wenn sie ein Nickerchen macht, dann bestimmt eben ihr ein Geheimversteck. Und zwar das alte Versteck vom Game Master. Dort ist ja jetzt das neue Sonnenversteck. Okay. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Dazu müssen wir jetzt einfach nur hier mit dem Boot fahren. Oh Gott. Wir trinken... Moment mal. Hey, ihr Fieslinge. Und... Und... Hilfe. 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 Was tut er jetzt? Ich hau einfach ab. Bye, bye. Ciao. Arrivederci. Sayonara. Oh, Leute. Super duper. Wir sind einfach hier abgehauen. Wuhu. Und auf geht's zum Sonnenversteck. Okay. Aber im Sonnenversteck müssen wir schon ein bisschen ruhig sein, Leute. Denn die Sonne schläft da ja angeblich. Und wir werden auf jeden Fall ihr Gehirn operieren. Und wenn wir das erstmal entfernt haben, dann haben wir gewonnen. So, wir müssen auf jeden Fall außenrum. Da vorne ist die Dockingstation. Und ich hoffe, dass hier keine Fieslinge sind. Oh nein. Da sind wieder zwei Fieslinge. Was sollen wir tun? Okay. Ganz vorsichtig. Oh. Hey. Schläft hier etwa die Sonne? Und... Pum, 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 pang. Hilfe. Zwei Fieslinge sind stärker als einer. Und genau. Geht ins Wasser. Das ist die Chance. Ich hau einfach ab. So. Und Tür verriegeln. Zack. Ich brauche erstmal eine Pause. Okay, Leute. Hier irgendwo soll angeblich die Sonne sein. Ich muss hier irgendwie raus. Und zack. Habt ihr das gehört, Leute? Da vorne ist die Sonne hier irgendwo. Da oben macht sie ein Nickerchen. Okay, Leute. Wir nehmen jetzt mal die Spritzen in die Hand. So. Und wir werden sie jetzt operieren, Leute. Los geht's. Ihr müsst jetzt alle ruhig sein. Psst. Die komplette Icky, aber ihr müsst leise sein. Okay, Leute. Die Sonne schläft hier. Wir nehmen jetzt hier die Spritze in die Hand. So. Wir gehen mal hinter die Sonne. Okay. So. Wir platzieren jetzt hier die Spritzen. Und wir werden jetzt die Sonne operieren. Bereit, Leute? Ihr müsst jetzt alle dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ganz ruhig sein. Zusammen können wir es schaffen, ja? Los, Icky Army. Gebt jetzt alle dem Video einen Daumen nach oben. Wir entfernen jetzt das Gehirn der Sonne. Oh, yeah, Leute. Und so. Spritze in die Hand nehmen. Zack. Und schnipp, 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 schnipp. Und schnipp, 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 schnipp. Und zack, zack, zack. Und zack. Schnipp, 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 schnipp. Wenn ihr es spannend findet, dann abonniert den Kanal. Drückt rechts auf die Glocke. Mal sehen, was im nächsten Video passiert. Das wird super spannend. Und schaut unbedingt morgen wieder vorbei, Icky Army. Bis dahin, Freunde. Tschüssi.